Hallöle, herzlich willkommen zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Online. Nicht online, aber Assassin's Creed, nicht Odyssey. Ich hab den Namen mal wieder vergessen. Willkommen zurück. Wir sollen in einem wunderschönen Kämpfchen in einer wunderschönen Arena teilnehmen, zu der wir zuerst mal gelangen müssen. Und ich hab keine Ahnung, wenn wir das anstellen sollen, denn hier ist offenbar überall ein bisschen roten Stoffverteil, die wir gar nicht durch können. Und ich hoffe mal, wir kommen hier an der... Wir kommen nicht ran, das ist auch sehr komisch. Normalerweise können wir auch hier überall klettern, irgendwie nicht, warum auch immer. Wie hoch dürfen wir nicht klettern, ist wohl... Die Arena der Gladiatoren. Was ganz Besonderes. Von hier rekrutiert der Redowix. Der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Hey, Neb. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Das der Redowix ist auf jeden Fall nicht. Diovicus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Ist das so, na dann? Ah, ha. Herr, wir brauchen mehr Kämpfer. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Haben sie wohl recht. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegänder nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheust. Herr, der Mann trägt ein Medjay-Abzeichen. Ein Med was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein, ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisten im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich ein Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadja zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Ja, klar. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Das ist ja klar, wer es ist, ne? Kennen wir ja alle. Vermute ich mal. Die Ägypter ziehen in die frisch sanierten Gebiete im Norden der Stadt. Die Ägypter ziehen zu ihren Brüdern im Süden. Ich glaube, wir wissen, wer... Oh, guck mal, Storche. Und hui, weg. Na, 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 na. Werden wir wohl sehen, wo das alles hierhin führt. Aha. Ich hab kurz, äh, mit... Oh. Ich hab kurz zugehört, weil im Hintergrund war irgendwie, ja, ihr könntet das sofort haben und alles bebo, im Spiel hier selbst, mit einer kleinen Gegenleistung, monatlichen Zahlung. Äh, bla bla bla, blub 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 blub. Also, ne, monatliche Zahlung, also schön, ja, mal sein Abo abschließen. Ich weiß nicht so recht. Ob er liest? Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Mein Freund, mein Bruder. Scheiße, schön, dich zu sehen. Was führt dich denn in das Verjungen? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den... für den Erfolg. Doch. Nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Rauf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden. Und trinken. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da. Wenn man mir nur eine Chance gebe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Deshalb kam ich ins Fajum. Um mein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut. Das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge. Mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Betritt die Krokodilopolis Arena, wenn du bereit bist. Da sind wir jetzt. Aber die Dame, wie kommt jetzt mit, oder? Also das heißt, haben wir jetzt schon getrunken. Na gut, wenn die Dame mich jetzt schon vorgestellt hat. Hunderter. Hallo. Naja, Bastard. Äh. Sicherheit, Sicherheit. Man nimmt die Leute aus mit dem Thema Sicherheit. Es geht nur um ihre Sicherheit. Klar, immer wieder. Nur um ihre Sicherheit. Informationswut. Auch hier in Ägypten. Und dann versuchen wir es nochmals. Beim Senden. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Ibera gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenzer für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ach, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Medjay. Was wollen wir ja auch nicht, ne? Das ist die Arena? Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre. Und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut. Wen haben wir? Ah, da ist Callistus. Callistus. Ein ehemaliger Soldat des Ptolemaeus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus. Er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alte ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemaeus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kämpfer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Warum nur unsere Waffen, die wir... Bayek, Kokodilopolis begrüßt einen neuen Kämpfen. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet, als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wer? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Jo. Nicht schlecht, alter Mann. Und ist das auch alt? Jo, jo, hallöle. Guck mal. Oh. Mach einen auf Sausebrause. Du brauchst Misti und Schauspiel. Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Cancer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Das ist das Pakt, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Denn da oben muss man ja anketten. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Rom. Die gallischen Brüder. Und das sind nicht Osterix und Obelix. Das ist irgendjemand anders. Na gut, dann werden wir mal hier. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Auch niemals. Nie, 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 niemals. Rellos? Weib positiongerecht. Ach, wir haben so ein Billo-Schwert. Entschuldigung. Ja, haben wir wohl, ne? Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenraten sind zäher, als sie aussehen. Joa. Sind wir wohl. Na, guck mal. Uh. Das ist alles der B27er. Das sind ja gleich viel wie ich. Das sind ja super. So, Maddy. So weiter, alter Freund. Und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Warum denn? Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge. Und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Haha. Das ist ja cool. Ähm, hallo? Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Hallo, da mach ich mal weitermachen. Ich hab noch nicht... Wir haben noch das... War das alles? Ein Sieg für die Beschützer von Siva. Die neuen Lieblinge der Errichtung. Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden. Hm. Geht's weiter? Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu höherem bestimmt, Felix. Haha. Zu höherem? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Pah. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf den Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, nichts können... Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen? Die Zeiten ändern sich, Senni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Ja, ja, und dann werden wir. Der beste Weg, an das Kropportier zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadjas Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Und all das sehen wir in der nächsten Episode, falls wir das auch noch überleben werden. Dann wird es auch noch verbessert. udenten Vielen Dank.